Hey Leute! Schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder bestellt und ich dachte, wir packen das Ganze heute mal wieder zusammen aus. Und zwar habe ich als erstes Cleaner bestellt. Ich habe zwar noch jede Menge Cleaner da, der war allerdings im Angebot und Cleaner kann man einfach nie genug haben. Dann habe ich noch zwei Gelfarben bestellt. Und zwar einmal diese hier. Wenn ihr solche Gelfarben bestellt, dann empfehle ich euch außerdem, lasst die einfach noch ein Weitchen so stehen. Weil meistens werden sie ja beim Transportieren immer so herumgewirbelt und stehen auch öfters mal auf dem Kopf. Und wenn ihr dann hier oben die Folie abzieht, dann ist hier immer alles voller dieses farbige Gel. Lasst das also noch ein Weitchen stehen und dann öffnet das erst. Dann habe ich mir noch ein Nude Make-Up Farbgel bestellt. Ich habe zwar erst ein farbiges Nude Gel bestellt, allerdings finde ich, das ist ein Ticken dunkler. Das finde ich auch wunderschön. Und ich mag es einfach, weil man nach knalligen bunten Nägeln auch mal wieder was quasi Neutrales trägt. Und dann mag ich einfach Nude Töne total gerne. Und außerdem habe ich mir mal ein Bit bestellt. Ich habe sonst immer Bits von ABC Nail Store. Die sind wirklich richtig klasse und das sind Hartmetall-Bits. Also da muss ich sagen, die sind wirklich gut und auch sehr, sehr langlebig. Jetzt habe ich mir mal ein Keramik-Bit bestellt. Ich bin mal gespannt, wie der ist und ob der mit ABC Nail Store mithalten kann. Und am Sonntag werde ich diesen Bit hier mal testen. Das heißt, dann gibt es wieder ein neues Video. Schaltet also wieder am Sonntag ein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst also auch nicht auf Abonnieren zu drücken und die Glocke einzuschalten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!